Die Wurfe von der Wurfe Guck mal, ob der Würfe heute mit mir ist Jo Dann fang ich an Gut Guck mal, gucken ob es irgendwas sinnvoll ist Gibt heute Oh ja Normal Hash Do it Guck mal, ob ich das noch spielen kann Chain 1, Chain 2 Krass Durch Buffalo Schmeiß ich denn Skundia Krieg ich Le Heiligtum Und Durch Flammen Fücher Und Fücher Ja Lul Mega Lul Das muss ich mal kurz checken Ja Dann kann ich die Gazelle specialen wenn Guttelteer auf der Friedhof gelegt wurde Guttelteer Effekt Muss ich da irgendwas pushen oder so Boah, ich geb die im 5er Ne, jetzt war doch der Abwurf Effekt Ganz schön abwerfen Und einem 5er clever Wenn er im Grave ist ganz schön special wenn das andere ist außer in control ist Hengst Hengst Wiesbäschen 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 Ich glaube es ist das Ich glaube es ist das Du bist Pfade Wiesbäschen Pohen Wiesbäschen 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 Ich kann das auch raus Oder stimmt? Fehler für die Steja. auch ein sehr krasser Name. Ja, 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 ja. Okay, die zwei weg. Ich dachte gerade mal ein Secret. Oh, das wäre schön. Dann verscheide ich ihm jetzt nicht selber. Das ist ein Special. Dann ist er noch nicht wohl. Beziehungsweise. Ist ja eigentlich egal, wie hoch ich das mache. Ich glaube, dann kann ich den neuen Rollen. Und ich baue mir den wieder zurück und kommt wieder viel Special. Soll ich nicht los. Ich habe da ja... Ups, steht da drin. Soll ich nicht los. Ich habe da ja... Oh, ich bin so gestartet. Äh, Deiner. Ich habe Gezel-Effekt vergessen. Gut, dass ich das schon lang immer gespielt habe. Okay. Dann machen wir ja schon mit Diagram. Wie war das jetzt? Keine Grafe-Effekte mehr? Ja. Soll ich noch ein bisschen überlegen? Oh, nö. Ich möchte trotzdem die Metallickel. Krass. Nee, ne? Warte mal, die Chukinchen. Die triggern ja nicht im Grave. Das heißt ja, nur wenn sie zerstört werden. Und nicht zerstört werden auf der Grave gelegt. Ja, die triggern nicht an, meine ich. Der annulliert ja nur Grave-Effekte. Ja, die sich im Grave aktivieren. Okay. Nicht mehr. Fahre ziehen, ey. Mein Feuereffekt. Schießt I2. Darf ich durch ihn einlassen. Textbrecher. Wenn diese Karte zerstört wird. Wauw. Geil, geil, geil. Ja. 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 Ich steck dir keine Kräse, wo es so komische Geräusche macht. Ja. Ja. Ich steck dir auf den 3000. Dann bestimmt. Mach ich bei dir mal Feuer. Ja. Ja. Oh no. Überall. Ja. Das ist doof. Ich weiß. Also perma-Effekte. Ich kann ja nur nicht aktivieren. Okay. Ich kann ja nicht aktivieren, also ich kann ja nicht anbrechen. Nö. Mach mal weiter. Mach ich mal ne Post durch. Na, bestimmt brauche ich jetzt eh noch nicht. Nö. Dann mach ich erstmal bei ihm. Feuer. Diagram-Effekt. Ich schieße die. Die wird ja in das Deck hier. Moment mal, das tue ich. Äh, okay. Ja da? Ja da Feuer. Mach ich sein Effekt und schieße dir die zwei. Weil durch True King kann ich von deiner Seite schießen. Wohl? Ja. Pass auf. Äh, Monster, die wahre Drache und wahre Königmonster in deiner Hand durch ihre Effekte zerstören werden, können von der Spielfeldseite deines Gegners bestimmt werden. Lul. Jo. Das ist ziemlich True. Dann geh ich mit 3000 in dein Sonnenlicht. Dann noch mit 2,9 direkt. Dann ein Steiner. Dann triggert das Level. Level. Level Allah. Mit auch Freundin helfe? Ah, mhm. Die Frage, hab ich da mehr Album drin oder? Doch, das könnte man machen. Wenn man die Bakke vor schickt. Mh. Neh mal auf das. Und auf das und auf das. Ich nehme ihn nicht mehr auf dem Haus. Darum muss ich eben nicht so. Mal Zeit! Mahlzeit! Warte mal. Will ich dies? Achso, kein Effekt, nur Beschwörung. Jetzt denke ich mir, aber... Die Beschwörung würde ich mir annulieren, dich nicht. Das ist dann noch ein Great auf der Friedhoff-Klick-Mode. Von dem Spielfeld oder allgemein? Von überall, wenn es auf der Friedhoff-Klick-Mode geht. Achso. Der müllt mich einfach. Warte mal. Warte mal, warte mal. Irgendeine Salomon-Greek-Karte. Zornig, zornig. Warte mal, warte mal. Schwung. Ausdruck. Warte mal. Ich mache hier Jaguar-Effekt, oder musst du in die Zone? Ja, muss ich den Linkmancher kontrollieren. Ja, gut. Wieso? Oh, ich kann das da mal. Gürteltier an. Ja, hm. Das so mache und... Dann... Hm. Das ist alles doof. Ja. Ja, hm. Jetzt hängst du das, ja. Das bin ich zieh. Dann höre ich das da mal. Jo. Deswegen könnte ich auch am Anfang die Digaman Call schießen. So, wer wollen machen wir das jetzt? Das... Ja. 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 Moment, man mischt sie ins Deck. Und vor allem das Zauber und Falle-Zone. Nicht Spielfeld-Zone. Ja gut. Das war jetzt eher so nebensächlich. Wenn schon dann. Sein Reinkarnations-Link-Beschwörungseffekt. Keine Ahnung wie das heißt. Gesundheit. Ich kann ein Monster von dir wählen. Und ein Monster bei mir im Grave. Und das gewählte Ziel von dir wird... Beziehungsweise wird zu der Tag. Ah ok. Ich... Einmal den. 500. Krass. 2, 3. 50, 1, 8. Und die Token ist bei meiner Tag. Fällt mir grad zu ein. Na gut, dass das jetzt... Die Token hat ja eh nicht umgekriegt. Das denke ich mir aber. Dann... Ich... Dann noch. Bzw. das Enter ist. Dann noch. Hm. Dann. Dass ich das so mache. Hm. 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 Das könnte jetzt noch spannend werden. Hm. Dann... Endface. Du Special schon was? Hm. Müsste gehen. Dürfte gehen. Wenn nicht der Kater oder der Effekt aktiviert wird. War aus dem Deck. Die selbe schon am Deck. Jo. Special hier aus dem Deck. Jo. Okay. Hui. Nethok kann beschwören. Äh. Andulieren, da man sich selber weghackt. Äh. Oder kann er nur wenn er andere... Äh. Generator dafür im Wunschte. Scheißegal. Also. Okay. Du kannst auch als Juking weghacken. Ja. Stimmt. Bleistift. Ja. Okay. Graphic Fakt. Ich mische... Den da zurück. Mhm. Muss ich den da... Warte. Den muss ich nicht. Aber bloß Specials? Ja. Okay. Normal Fuxi. Äh. Taufte Gegensätzlichkeitseffekt. Du grabst quasi drei Stücke aus. Fügen wir Salomangreit und so. Okay. LOL. 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 Die wurden ein Stück zurückgemischelt. Das war ja jetzt klo-reich. Mhm. Klo-reich. Hättest du da jetzt was hinzugefickt, dann hätte ich wieder Bosslevel machen können oder Special. Oh. Das ist halt... So oft. Wie... Wie geht oder wie? Ja, also da heißt es einmal pro Spielzug. Und... Der zweite Effekt mit den Togens... ... ist Radonis-Patern. Und das du ja einmal annulliert hast... ...müsst du ja eigentlich... ...gehen. Ja. Ich guck mal vor, wie es halt geschült wird. Einmal pro Spielzug. Und am Ende heißt es nur... ... quasi der zweite Effekt. Radonis-Patern. Verwender. Okay. Ja. Hä? Der erste Effekt ist halt so. Na gut, den zweite Effekt kriegst du halt nicht, wenn der erste nicht durch ist. Jo, eigentlich nicht. Ja. Ja. Das ist die Frage. Wann man das jetzt... Oh. Der ist nix interessantes in Grave. Ich würde das sagen. Mhm. Das Ding hab ich so geholt. Ja. Das passt dann. Ich will Colorstifter. Ja. Das sagt ja alle Dingmannsch. Der hat 800 Attack. Ja. Ich glaub da würde ich mal mein Trucking weghacken. Okay. Jetzt fliegt mir alles so auf die Tasche. Dann äh... Fuxi-Effekt. Wenn ich ne offene... Äh... Zauber oder Falle... Zauber oder Falle? Abfalle. Ich ne offene... Ich ne offene Zauber... Und eine offene Zauber der Falle auf dem Spielfeld liegt. Ich kann eine Salomon Great Karte abwerfen und den äh... Special. Krass. Was ist ein Coyote ab? Das ist ein Coyote. Das ist ein Coyote. Das ist ein Coyote, Alter. So. Ich könnte ja mal durchlösen. Das ist neu. Das ist die Frage. Ich könnte... Das so machen... Aha. Ich hab ja eine Endfesse irgendwas. Ähm... Häh... 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 Halslieb-Effekt. Ja. Ach verdamm... Und... Fertfone... Achso, warte mal. Mit der Neue. Mit der Neue. Ja. Ja, das war drin. Äh... Das bringt ja gar nichts. Ja. Ich dachte ich kann ja irgendein... Irgendwas anderes mit. Def wähle. Äh... Hm. Da hätt's dir halt immer noch nichts gebracht, einen Signallux zu wählen, der keinen Def-Wert hat. Äh... Ja. Genau. Muss ich das glaube ich so machen. Hey. Krass. Sein... Sein... Reinkarnations... Gelegenbeschauungseffekt. Aller. Zorn ist ja zorn aller. Mhm. Hm. Ich glaube das war das Beste, was ich hätte machen können. Ich glaube das war das Beste. So... Hm. Pssst. Pssst. Deinem. Da zieh ich. Ach ja. Pssst. 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 Was ist das Beste? Poicischt du Scheiße. Kann das sein? Ich zieh... Plopp. ...klobe feuch. Interessant. Könnt ich dich mal niedergegen straheig? Sunlight Wolf? Mr. Thorn. Mhm. Vor allem die zwei. Ok. Dann triggert Boss Level. Dann kommt Healer. Healer bzw. Boss Level specials in 4 Tokens. Was macht Healer? Der macht quasi Wiedergeburt auf 1 und Generator. Oder Zombie. Wiedergeburt? Ja. Die Tributen Generator oder Zombie weg. Und Special 1 Generator oder ein Zombie mit einem unterschiedlichen Namen von Grave. Das ist okay. Das ist auch okay. Das ist sowas übliche. Einfach nicht in Grave schmeißen. Mhm. Hm. Das ist voll gut. Normal. Ja. So. Ja. Oh Gott. Ja. Ich füge mir auch das Ding hinzu. Mhm. Jetzt scheinlich auch kriege ich mir so gute Tokenlight Specials. Ja. Ja. Okay. Theotrifisch. Wie macht man das jetzt dann? Die Öfische. Gar nicht. Das ist die Frage, ob ich noch irgendwas sinnvolles im Deck habe. Ich grind dich einfach aus. Wenn ich ziehe. Ja. Nicht, wenn du mir was hinzufügst. Also falls der Hand deines Gegners ein oder mehr Karten vom Main Deck hinzugefügt werden. Oh. Außer wenn das Damage setzt. Okay. Dann darf ich auch nicht Surge quasi. Ja gut. Das ist ja schon durch. Achso. Stimmt. Da stehe ich das einmal aufgeschwitzen. Ja. Wenn ich jetzt durch mit der Versum nur mal eins hinklatsche und dann wieder Platz hat. Dann könnte ich nur mal. Nee. Deswegen. Die war die Hauptkarte, wo ich eigentlich anscheinern wollte. Das habe ich mir fast gedacht. Hm. Falko. Falko. Pants. Dann erst mal sein Effekt. Falko. Dann bin ich noch auf. Dann fangschirim. Falko. Ja. Blrrrrrrr Effekt Falco, ich kann Band after Frito Click Württ mir eine Salmon Grade Karte direkt von Grave setzen Wusste ich doch, dass da irgendwas mit Sets war Dann Wie ist der von Grave gegangen? Ich hab ihn abgeworfen durch Fuxi Ah Weil ich ne offene Zauberte falle Also den Wunder Hängesteck fehlt mir nicht Sobald ich die Beschwung mal anlegen Nö, das dachte ich mir Gutes Denkerkenschutz Perfekt Die Kackazelle die schmeißt sich einmal im Kreis Kann das sein? Ja, aber ich schalte auf eins Ah, du So Kann wer die irgendwie wieder hinzuverfolgen Das hab ich ja schon gemacht Das hab ich im Grave 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 Dann mach ich Dann mach ich Falcos Grave Effekt Ich geb mir Den zurück auf die Hand Und Special Den Dann mach ich Aguas Effekt Und Und Hau mir Was ist ich? Soma Grave? Soma Grave Soma Grave Denn da Krieg ich net? Nö Nö Du Tja Nö Tja 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 Beziehungsweise wahrscheinlich nicht so. Das bräuchte ich zu ganz groben. Büro-Phoenix-Alarm. Wow! Ah, oh, das war doof. Alle zu viel. Attack. Also die Torque kann ich aber eins finden, oder? Ja. Battle-Face. Krass. Dann... Windows 2. Und... Ne, das bringt mir da nix. Dann ist deiner. Aber das Tabu da ist ein Koste? Ja. Okay. Okay. Aber nur mit 6 Peschen dort. Kannste das machen, oder einmal pro Spielzug? Einmal pro Spielzug. Okay. Echt. Alles einmal pro Spielzug. Hm. Ähm. 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 Ich glaube ich hab vorhin was geklärt. Ich glaub ich hab vorhin was geklärt. Ich hab da ein bisschen nicht da ein bisschen gerade. Ja, weil ich hab ja vorhin mit dem True King hab ich ja bei dir die Fires geschossen. Von deiner Seite. Und wenn ich ja durch die zwei mit der gleiche Algeschafft schieß, kann ich ja noch deinen Effekt aktivieren. Bei dem hätte ich bei dir Monster verbanden können. Lul. Lel. Lelikt. Ah. Was machen wir da? Da ja krank. Ich will dann. Schieß. Diagramm und Und-Hoc. Hm. 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 Und die kann sich selber weghacken? So wie sich das liest, ja, Generator hat er Zombie als Tribute anbietet, dann Generator manche hat er Zombie mit einem unterschiedlichen Namen, als dem Tribute angebotenen, auf dem Feld hat er, Rayfeller und Special. Okay. Mh. Ah fuck. Damn. Ah, da ist halt immer noch der Kaka in der Falle, da unterliegen. Mh. Das ist dann einfach mal zu liege. Fertig? Jo. Ist der halt der Kaka, der immer wieder setzen kann, schau was, nein. Nice. Ahem. Ist ja ein Lichtwolf. Ich glaub, das machen wir. Kann die bestellen. Pyrofenix A. Ja. Perfekt. Ich schiesse die 2. Chain ist sein Effekt. Ich bin hier ja auch in als Tribute an. Ja, das Problem ist, dass der einen Def holen muss. Das ist das große Problem. Könnt ihr auch in der Tag holen, dann hätte ich jetzt meinen 3.1er geholt. Ja. Okay. Okay. Und dann effekt. Ja. Ja. Und dann zurück. Hallo. Oh. Habla. Ich dachte grad so, okay, wir müssen uns verarschen. Nee, das war aus versehen. Ich glaub, hätte ich vorher nicht meinen True King-Effekt verpennt, dass ich dir noch was Das hat eine Schakanne. Das ist der Effekt. Der Alkohol. Dann guckst du den Effekt. Das misst dann ab. Wenn die ganze Staunberg runterfallen ist. Ah, das war das Problem. Stimmt. Ich hab noch nicht geordnet. Das lag da nämlich. Ich hab noch nicht. Monore. Ich muss jetzt wieder aufhauen. Ey, 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 ey. Oh. Woh. Okay, ich weiß nicht. Das ist ein Stuhl. Das ist ein Stuhl. Das ist ein Stuhl. Das ist alles drauf. Das hat noch so viel. So viel. Ja, geil, ja, geil, ja. Okay. Battlefights. Und Schmidt. 2-2. Jo. Das könnte weh tun. Wenn ich das so lass. Aber ich kann. Sonst nix tun. Puh. Das ist schwierig. Deine Steine. Lul. Die Steine. Ja. Ja. Ja, ich kann hier. Da kann ich zwei andere zersteuern. Und ohne andere geht das nicht. Naja, geil. Ich hätt jetzt immer wieder auf der Hand und dachte mir so. Nein, 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 nein. Danke. Wir absatten. Naja, nein, 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 nein. bei dem Jizer hierенные. Der hat ihr, den identities kommen kaum zu, überlassen. 4. Und wenn ihm diese Professor hatte guiding denzelen, denidelberg補ie macht nicht zu tun? Also wie denne und ähnelt nicht zu tun. Nein, danke. Untertitelung des ZDF, 2020